Ja, hallo und willkommen zurück. Ich hab grad, äh, ähm, ist mein Spiel abgestürzt. Und, hm, was soll ich dazu sagen? Ja, nichts ist passiert, alles ist noch gut. Speicherstand war da. Ich hab nur na... Ich hab nur sehen können halt, weil ich so einen Start musste, dass ich 21% schon fertig hab. Jo, wollte ich mal gesagt haben. R. Rein. Sind wir schon wieder unten, oder was? Vielleicht bin ich ja sogar richtig. Nö, ich glaub nicht. Ach, da ist wieder so ein Geist. Hätt ich ruhig mal Rechtsdeck machen können. Blöder Geist. Den will ich jetzt aus der Ehre töten. Blöder Geist. Komm, hol dir die Bomben raus. Da ist er noch. Komm, 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 komm. Bombies, puff. Und jetzt wirst du geohnt, mein Freund. Platsch, platsch. Und... Oh, schade. Jetzt wirst du geohnt, mein Freundchen. Puls. So, muss das ablaufen. Oh, nur noch drei Herzen, das ist irgendwie scheiße. Zahns. Döp, 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 döp. Jumpen, jumpen, jumpen. Komm schon, alles, mach keinen Scheiß, Broink. Uppi, Erinnerung. Das Varieté und die meisten Theaterstücke sind nichts für junge Menschen. Im Kasperler Theater gibt's auch nur vulgäre Familienstreitereien. Cool. Ich frag mich grad, wo ich lang muss. Das sieht mir alles ziemlich nach. Hm. Na, schau mal an. Da hab ich doch was entdeckt. Da hab ich doch was entdeckt. Mach kaputt. So, was passiert nun? Äh, ist überhaupt irgendwas passiert? Keine Ahnung, ich hab irgendwie gar nichts entdecken können. Ne, mich warnen schon 30 Mal, glaub ich. Äh, ich guck mich einfach mal um. Über, irgendwo muss ja was sein. Hm. Wasserhoftheater. Ich glaub, da fahren wir eine Eintrittskarte. Die bedankt sich, weil ich da noch einer für rübergebe. Oh mein Gott. Treibender Verfall. Oh Gott. Nein, die sind eklig. Die können bestimmt schießen. Sag ich doch. What the shit? Oh Gott, da waren ja ein Stacheli drin. Komm, gib mir dein Gesicht, du Arschloch. Und jetzt gib's auf den Deckel. Zack. Aber leben wir jetzt echt lieber als Zähne. Ganz ehrlich. So. Meine Güte, ist das eine riesige Qualle. Meine Güte, gibt's da viele verfliegende, wie heiss denn die? Treibende Quallenteile. Arschkinder. Scheißdingerz. Oh, dat war wohl ein bisschen falsch abgeschätzt. Hui. Meine Güte. Hopp. 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 So. Ich bräuchte echt mal Herzen. Oder sind die jetzt wieder voll? Weiß ich jetzt gar nicht. Ob man das dann nie... Ah, nee. No, 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 das wird verdammt... Oh Gott, knapp. Da ist das Theater, doch. Wir sind richtig, geile Sache. Erstmal leben voll machen. Ach was. Schau mal an. Man sollte dich doch schon öfter mal... Oh, da ist ne Nase irgendwo. Aber wo? Weiß ich jetzt nicht. Mach voll, bitte. Kann man da lang? Tatsache. Düpp, 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 düpp. Ich habe ein gutes... Merkvermögen. Das weiß ich seit der 4. Klasse. So. Mhm, da ist sicher eine Erinnerung. Die lassen wir uns auch nicht entgehen. Und ich hoffe, dass das jetzt nicht nur ein Gold sein ist. Okay. Nein, hier wird eine Rechner... Da! Was ist hier drin? Was ist hier drin? Oh Gott, na toll. Was soll's? Man soll sich mit dem zufrieden geben, was man hat. Und ich hab nichts. Ich hab einen Karton und einen Rechner. Ha! Nee, nee. So. Versuchen wir mal rüber zu kommen. Das ist, denke ich, jetzt das Sinnvollste. Plupp. 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 Dudum, 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 dudum. Und da ist wieder ein Geist. Blöder Geist. Die Geiste sind echt cool. Aber die sind nervig. Trotzdem. Ey, komm, entspann dich doch, du Anus. Oh Gott. Blöder Peniskopf. Die regen aber auch auf. So, kaputt machen. Und jetzt kriegst du einen auf den Deckel. Jetzt wirst du gepaunt. Und bam. Oh, meine Güte. Und schon wieder die Hälfte der Herzenwege, obwohl ich sie gerade voll gemacht habe. Oh Gott. Ich überlege grad, wo es lang gehen soll, was aus diesem Kuh-Schildkröten-Mensch geworden ist. Vielleicht hier lang? Ah, hier ist ein Schalter. Schau mal an. Pop, 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 pop. So, Q. Und schnell hin. Plump. Ah, so gefällt mir das auch schon viel besser. Und da ist das Theater. Da gehen wir doch gleich mal rein. Aber erstmal gucken wir, was es da überhaupt zu holen gibt. Ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass es da drinnen eine Cutscene gibt. Deswegen machen wir direkt hier vorne nochmal einen kleinen Cut. Und dann schauen wir uns das gleich an. Euer Dab. Bis gleich. Tschuuu.